Musik Hey, ich bin Bunny Sports und du bist jetzt in meinem Fan-Style-Channel. Ja, coole Aussage, oder? Fan-Style-Channel, ganz genau. Pass auf, dein Stolz, dein Verein, deine Heimat, deine Liebe, Hoffenheim. Ist das so? Wenn das so ist, dann habe ich genau aus dem Grund für dich jetzt hier ein tolles Fan-Make-up entwickelt. Produziert. Ja, ist ja so. Hört sich zwar voll dramatisch irgendwie an, aber ich hab's halt produziert. Und nur für dich, damit du schön mit einem perfekten Make-up in blau-weiß in deine Arena gehen kannst. Du musst jetzt gar nicht viel machen, außer das Tutorial zu schauen und alles so mit mir so ein bisschen mitzumachen. Ist ganz einfach. Also, guck einfach und ich wünsche dir dabei jetzt viel Freude. Diese Seite hier sieht ja schon mal ganz gut aus, ne? Die andere Seite schminke ich jetzt mit dir zusammen. Um diese Fahne zu malen, brauchst du eine Tasse oder ein Glas, ist egal, einfach ein Behälter, wo Wasser drin ist, Pinsel, Faschingstusche, weißen und blauen Lidschatten einfach benutzt, Haut und Kleber. Und hier habe ich so die Steine. Ich beginne jetzt erstmal, weißen Lidschatten aufzutragen. Und jetzt nehme ich blauen Lidschatten. Da ist der, wo nix dran ist, dann mache ich nochmal alles so ein bisschen mit sauber. Und dann kommt der Teil, der wirklich, wirklich ist. Es macht alles Spaß. Aber das macht richtig Spaß. Und zwar die Steine aufzukleben. Den Hautkleber bräuchte man dann jetzt. Und mache hier ein Klecks hin. Und richtig schön Klecks. Moment, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Make-up. Tut mir leid. Blöd. Äh, ich habe noch ein Döschen, wo Lidschatten drin ist, was ein bisschen mehr glitzert. So, schimmerig. Ich mag das ganz gern. Nun aber zum Stein. Also ich fange erstmal mit einem weißen Stein an. Wimperntusche, bitte. Nochmal jetzt ganz zum Schluss, wenn dann man so denkt, die Augen sind fertig. Weil, wie gesagt, es kann ja überall Lidschatten hintropfen, kleckern, bröseln. Und das macht man dann nochmal mit, ähm, Wimperntusche weg. Die Wasserlinie nochmal bitte mit einem Kajal. Ja, und dann auf der anderen Seite dann auch nochmal so eine Fahne. Das mache ich jetzt mit der Pusche. Paschings-Pusche. Blau und weiß. So, also, das Make-up sieht echt schon ganz cool aus. Ich finde, jetzt kann man ruhig noch die Lippen bemalen. Wieso nicht auch in einem Blau? Es ist ein Fan-Make-up und einem Fan-Make-up sind keine Grenzen gesetzt. Nägel. Blau. Auch passend. Jetzt mache ich mir einen Zopf. Einmal über den Kopf und wieder hoch. So, ich mache den Zopf ein bisschen höher. Und fixiere ein bisschen mit Haarspray. Dann kommt das Band. Was ich mir jetzt hier so kämpferisch um den Kopf lege. Toppiere ich mir mal so ein bisschen meinen Zopf. Und dann so ein bisschen formen. Und Haarspray. So, und dann noch ein Schal. Wow. So. Blau-Weiß. In den Farben bist du jetzt. Hoffe. Und ich hoffe, dass es dir gefällt. Und wenn es dir gefällt, dann auf jeden Fall liken, liken, teilen, teilen. Und mir das auch in den Kommentaren unten reinschreiben. Da kann man ja sowas reinschreiben. Also schreib mal schön was rein. Und ja, das war schön. War eine Herzensangelegenheit für mich. So kannst du jetzt die Arena rocken und schöne Erinnerungsfotos machen, wie ich immer sage. Ja, wenn du noch nicht genug von mir hast und ich dir gefalle und ich dich unterhalte, dann kannst du auch noch mal bei meinen anderen Kanälen vorbeischauen. Ich habe nämlich noch mehr. Bunny Music. Come on. I like my sexy outfit. It makes me feel so comfy. Only my sexy outfit. Takes me down, down the street. We need back to the sexy. I like my sexy outfit. It makes me feel so comfy. Funny Kiss. Und Bunny Tutorial. Willkommen in meinem Frühlings-Tutorial. Ich liebe wirklich den Frühling. Ich liebe ihn einfach abgöttisch. Es ist zu schön. Es blüht alles. Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus. Es riecht schön. Und ich finde, man bekommt auch automatisch einfach Lust, sich eine schöne Frisur machen zu wollen, die einfach ausführt. Vielleicht beim ersten Eis wieder, wenn man draußen sitzt mit vielen anderen Menschen. Oder man geht vielleicht auf einen Frühlingsball und kann dann alles das, Make-up und Frisur, auch kombiniert mit einem schönen Ballkleid. Das ist dann euch überlassen. Da könnt ihr kreativ sein. Aber wie ich das Make-up jetzt gemacht habe und auch die Frisur, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. Jetzt hier bei Bunny Sport verabschiede ich mich aber. Schick noch ein Herz und ja. Tutu. Mua, 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 mua. Macht's gut. Mua, mua. Mua, mua. Welten. Das warnen. Bis zum nächsten Mal.